Hallo im zweiten Tutorial zur Digitalen Bibliothek der Universität Innsbruck. Du hast bereits erfahren, wie das Portal aufgebaut ist und wie du darin nach Zeitungen suchen kannst. Mit den Bullschen Operatoren, Trunkierung oder Maskierung bist du ebenfalls vertraut. Jetzt sehen wir uns verschiedene Suchoptionen an, die es in der Digitalen Bibliothek gibt. Öffne das Portal und wähle links in der Navigation Zeitungen aus. Du kannst in der Suchleiste direkt einen oder mehrere Suchbegriffe eingeben. Wählen wir den Begriff Impfen. Sehen wir uns die Informationen zu jedem Zeitungstitel an, sehen wir, dass zum Beispiel die Innsbrucker Nachrichten 275 Treffer im Volltext zu diesem Begriff enthalten. Wählen wir den Titel Alpenländer Brute aus, so öffnen sich die einzelnen Textausschnitte mit dem relevanten Suchbegriff. Gehst du auf einen Ausschnitt, öffnet sich wiederum die Zeitungsseite, die den relevanten Begriff enthält. So kannst du die Artikel lesen und dir für deine Recherche Notizen machen. Eine andere Möglichkeit, direkt in den Text einzusteigen, bietet die Funktion Details. Öffnest du die Funktion Details, so werden dir die erkannten Volltexte angezeigt. Der relevante Begriff ist jeweils blau markiert. Klickst du auf den maschinell erkannten Text, öffnet sich wiederum die Zeitungsseite mit den markierten Suchbegriffen. Wie du die Suche verfeinern kannst, zeigen wir an folgendem Beispiel. Bleiben wir beim Begriff Impfen. Bei über 275 Treffern in den Innsbrucker Nachrichten wartet eine mühsame Arbeit auf dich. Aber wenn du konkret nach der Bockenimpfung suchst, kannst du dir durch die Bullschen Operatoren helfen. Eine Suche mit Impfen und Pocken ergibt zehn Treffer in derselben Zeitung. Und du kannst nun schon viel spezifischere Artikel zum Thema lesen. Dann fällt dir ein, dass die Pocken früher auch Blattern genannt worden sind. Du kannst diesen Begriff auch mit in die Suche nehmen und wandelst die Suchabfrage in Impfen und Pocken oder Blattern ab. Dabei wird nach jenen Artikeln gesucht, in denen die Begriffe Pocken oder Blattern zusammen mit dem Begriff Impfen vorkommt. So findest du diesen Artikel eines Privattelegramms aus El Paso in der Ausgabe vom 26. Jänner 1914 in den Innsbrucker Nachrichten. Besonders praktisch ist die Markierung der Suchbegriffe im Text. Dadurch findest du die relevanten Stellen schneller und kannst deine Recherche gezielt und schnell durchführen. Du kannst aber auch mehrere Suchoptionen miteinander verbinden. Wählen wir zum Beispiel den Begriff Impfstoff und setzen einen Asteriskus am Ende des Wortes, werden auch die Begriffe Impfstoffe, Impfstoffs etc. abgefragt. In Kombination mit dem Begriff Blattern ergeben sich folgende Ergebnisse zur Suchanfrage. Impfstoff, Sternchen und Blattern. Das war das zweite Tutorial zur digitalen Bibliothek. In den folgenden Videos sehen wir uns das Portal Tessman Digital genauer an.